Hallo, hier sind Jamie und Janina. Wir haben das zweite Mal mit Finca Lorca gebucht und sind mit der ganzen Familie, acht Erwachsenen und zwei Kindern unterwegs. Leider war die Finca vom letzten Jahr schon ausgebucht, aber wir wurden nicht enttäuscht. Die Finca Esbaday ist perfekt für uns. Wir wurden super empfangen, mallorquinische Spezialitäten in der Küche und Hühner gibt es hier, das heißt frische Eier. Finkajorca. Urlaub dir was. Finkajorca. Finkajorca. Finkajorca.